Moin, mein Teil vom Team Winz. Von Klaus Weisgirchen hat sicherlich jeder schon mal gehört, wenn er sich mit der Lockjagd beschäftigt hat. Egal, ob es um die Jagd auf dem Bock geht oder aber um die Raubwildbejagung. Der Vogelangstruf ist ein privates Mittel, um den Fuchs aus seiner Deckung zu locken. Charakteristisch für seine Instrumente sind, dass die Klangkörper aus Naturprodukten, aus Holz, gefertigt sind. Nur so erreiche ich wirklich einen möglichst naturgetreuen Ton. Die Nutzung des Vogelangstrufes ist recht einfach. Diese schrill ausgestoßene Paniklaute locken im Prinzip jeden Marderhund, Waschbär oder Fuchs aus der Deckung. Weidmannsheil.